Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode des Gesunde Häppchen Podcasts. Heute möchte ich dir gerne mal ein Buch vorstellen. Ich habe das in der Palio Lounge, also dem Podcast Palio Lounge schon öfter gemacht und das war aber dann immer sehr, sehr spezifisch auf die Palio Ernährung ausgelegt. Und bei den gesunden Häppchen, da soll das etwas anders vonstatten gehen, denn diese gesunde Häppchen, die sind ja aus einem ganz bestimmten Grund immer kurz und knapp gehalten. Denn ich möchte dich nur anstupsen und dir einen Impuls geben, dich mit bestimmten Dingen genauer zu beschäftigen und nicht immer alles zu glauben, was dir so den lieben langen Tag erzählt wird. Und da mir die Weisheit ja auch nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern ich mich von anderen klugen Menschen habe inspirieren lassen, möchte ich dir heute mal ein Buch empfehlen, das ich vor einem knappen Jahr in die Hand bekam und das mir unglaublich geholfen hat, bestimmte Dinge in Bezug auf die Ernährung besser zu verstehen. Es heißt ganz plakativ die Schlankformel und es stammt von Dr. Jason Fung, einem niedergelassenen Nephrologen aus Toronto, der dort auch ein hocheffektives Fastenprogramm namens IDM, das steht für Intensive Dietary Management, gestartet hat, als er merkte, dass viele seiner nierenkranken Patienten auch an Diabetes Typ 2 bzw. Adipositas leiden. Das Buch ist ein wahres Füllhorn an Wissen über effektive Ernährungsstrategien und rechnet, ich möchte schon fast sagen schonungslos, aber hochwissenschaftlich fundiert mit den gängigen Ernährungsmythen ab. Ja und das Buch, das ist im Riva Verlag erschienen und der Riva Verlag ist dafür bekannt, dass er nur ausschließlich hochwissenschaftliche, ja fast nur, es gibt bestimmt noch ein paar Ausnahmen, hochwissenschaftliche Literatur anbietet von guten Autoren aus dem Bereich Medizin und Ernährung. Ja und wenn wir jetzt den Klappentext mal lesen, dann steht dort so, ich zitiere, wer unter Übergewicht leidet, sieht sich mit unzähligen Diättheorien konfrontiert, die versuchen Abhilfe zu schaffen und schnelle Ergebnisse versprechen. Doch der wahre Schlüssel zur langfristigen und gesundheitlichen oder gesunden Gewichtsreduktion ist das Hormon Insulin. Das beweist Dr. Jason Fung mit seinem innovativen und von Erfolgen gegrönten Ansatz. Denn er redet nicht nur davon, sondern er macht das auch selbst. Das heißt in seinem Intensive Dietary Management Programm wendet er all das, was er erzählt, erfolgreich seit Jahren an. Und ja, wenn man so ins Inhaltsverzeichnis reinschaut, dann wird man eben so Sachen finden, warum Insulin eben und nicht die Kalorien der entscheidende Faktor beim Abnehmen ist. Und wie sie ihren Insulinspiegel und damit ihr Gewicht verringern und warum regelmäßiges Fasten, meine Worte, der Schlüssel zum Schlankbleiben ist. Das Buch ist eingeteilt in mehrere Teile. Im Teil 1 geht es natürlich um die Theorie, warum sind wir eigentlich fettleibig. Du ja vielleicht nicht, aber der Großteil der Bevölkerung hat Probleme damit. Warum ist das ganze Thema Kalorien eigentlich nichts anderes als ein Mythos und ein Schwindel. Dann beschreibt er ein neues Fettleibigkeitsmodell im Teil 3. In Teil 4 geht es um das soziale Phänomen, warum mittlerweile Dünnsein schon als krankhaft bezeichnet wird. Also Menschen, die krank sind, die sind komisch und die sind dann skinny und so weiter. Und die Menschen, die normal bzw. schon fettleibig sind, die gehören heute zum Standard. In Teil 5 geht es darum, was mit unserer Ernährung einfach nicht stimmt. Da kommen so gängige Probleme auf den Tisch, wie zum Beispiel Fruktose und die Täuschung mit der Sirocola und so weiter und so fort. Es geht aber auch am Ende natürlich um Lösungsansätze. Und da kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch einmal zu lesen, um besser zu verstehen, dass was wir da draußen so tagtäglich zu hören bekommen, dass das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und deswegen werden wir auch in Zukunft in den gesunden Häppchen immer wieder mal über solche Falschinformationen sprechen, damit du für die Zukunft auf jeden Fall gewappnet bist. Den Link zum Buch, den packe ich dir in die Shownotes und dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst zu diesem Buch, wenn du es vielleicht sogar schon gelesen hast. Oder komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Röhler. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Palio Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio-lounge.de slash gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de slash gh36 die Shownotes der Episode 36. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de slash gh. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und in Zukunft in vielen weiteren Podcast-Verzeichnissen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg auf deiner Reise zur besten Version von dir. Bleib gesund, dein Sascha Röhler. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.